Yo, Mysterio, wir sind wieder back mit dem W2K22 Showcase-Mode, diesmal um die Intercontinental-Championship durch Segler gegen Ray Mysterio 2009 beim SummerSlam. Mal schauen, was das so gibt. Lasst einen Like da, falls euch der Content gefällt, by the way. Ein Abo, falls ihr neu seid. Und let's go, vamonos. Ich bin Gott. A brash newcomer named Dolph Ziggler, that he had me figured out and brushed me to the side. My point of view of Dolph Ziggler coming in, I had the outmost respect for him. He was very exciting to watch. He had a style, but with a new spike to it, a new feel to it. I knew Dolph was hungry coming into this match, and he was one of the up-and-coming superstars. But there's a mistake that he made that you never make in this business. Dolph felt like he was already the Intercontinental Champion before our match had even started. So I made sure to teach him a very valuable lesson at the biggest party of the summer. At SummerSlam, Dolph's Arrogance was going to be his Downfall, if I had my way. Naja, ich denke, es ist obvious, dass Ray gewinnt. Also, wie gesagt, wäre schon komisch, wenn wir in den Showcase-Match spielen, was wir nicht gewinnen würden. Wobei, ich glaube, gegen die Undertaker 2.10 bei Royal Rumble kann er eigentlich gar nicht gewonnen haben, oder? Undertaker war doch 2.10 in der Elimination Chamber Champion. Und hat es dann zuerst nochmal mit Chris Chery kommen. Naja, ähm, zwei Kombos erstmal. Starten wir mal hier locker flockig rein. An. So, erstmal hier, oh. Weißen wir nicht mehr aus dem Ring. Und dann, oh, yippie. Let's go. So, äh, Dolph, wir brauchen dich aber im Ring. Und wir müssen jetzt noch eine leichte Kombos zur Verfügung. Und ich denke, das musst du kontern. Oder auch nicht. Okay, Irish Whip. Äh, allerdings in die Ecke und nicht so. Okay, das mit den Rebounds vom Timing haben wir uns ja nicht hingekriegt. Gut, dann machen wir das jetzt anders. Dann machen wir jetzt erstmal den hier, dann den hier. Und dann, so. Okay, Sprungangriff vom mittleren Seil. Bedeutet, wir müssen wieder in den lieben Ring. Nur, das wollte ich jetzt nicht. Müssen wir ihn nochmal auf den Boden bringen. Und dann, mach mal, so hier. Nee, Leute. Tut doch nicht so blöd. Ich will doch nur aufs zweite Rope hier. Danke. Jetzt möchte ich gleich ein bisschen auf Dolph warten, weil es ist ein bisschen weit. Okay, treffen müsste ich dann auch. Genau, so wie hier. Also nicht. Ah, da war der Kornkastbord und ich habe ihn gemisst. Schande über mein Haupt. Da kam er erst gar nicht. Jetzt werbe ich dich aber. Okay. Er wollte blocken. Wir müssen erstmal den guten Dolph runterbringen auf die Madre und dann müssen wir mal hochkommen. Und dann gibt es eine Jumping Attack. Okay. Weiter, die ganze Tornado, die tristet und Ray, ne? Okay. Harte Angriffe. Okay. Drei beliebige Kombos. Alles klar. Dann erstmal so. Und dann... Nee, nicht so. Doch so. So und so. Super. Ray Ray, was ist los? Und dann... So, 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 so und so. Warne. Sag ja, das Float sehr nice. So, er ist fast gestunt. Schwungbrettangriff. Äh, Schwungbrettangriff. Schwungbrettangriff. Machen wir. Und zwar so hier. Da sind die Dolphers nämlich gestunt. Da sperren die perfekte Opportunity für den perfekten 619. Und dann machen wir nur den hier. Ohne Finisher. Einfach nur so. Von Apple? Ist doch, oder? Lassen wir raus. Noch ein Schwungbrettangriff. Ach, Schwungbrettangriff. Warte mal. Aha, wenn der Gegner am Ring steht. Ah, okay. Der Shit. Gut, dann müssen wir ihn nochmal auf den Bogen kriegen. Da habe ich jetzt schon wieder komplett auf den Contour-Spot gewartet. Aber er kam leider wieder nicht. Boah, das ist so eine richtige typisch stolzige Aktion. Okay, wir werden erstmal wieder ordentlich aufs Maul. Oh Gott. Fuck. Gehen wir den Signature ab. Bereit machen für den Kick-Out. Ich hoffe, das funktioniert hier alles wieder, ohne dass es einfach unterbricht oder so. Ja, funktioniert. Ehre. Das Kicker bei 1, Junge. Nicht mit Ray, meine Freundin. Nicht mit Ray. Ah. Ah, der Dolph lässt mich locker. Aber wir auch nicht. Okay, das ist ein Problem. Gott, das ist wirklich jetzt ein Problem. Oh Gott, er geht für den Zig-Zag. Nicht mit Ray. Oh Gott, wir treffen halt gerade einfach nichts. Alter. Wir können kontern, aber wir treffen ihn ja einfach nicht richtig. Endlich haben wir ihn auf dem Boden. So, jetzt müssen wir ihn auch wieder in den Stand kriegen. Können wir, können wir ein Signature ausmachen? Zählt das? Ja, Mann. Nice. Äh. Schweren Griff. Okay, er kann eh nicht kontern. Okay, dann wird der Stunt anscheinend. Okay. 619. Oh, ich habe gerade den Signature gehittet. Wir müssen jetzt den ganzen... Ja, wo ist der Konter? Den ganzen... Oh, den hat er selber gerade gehittet. Den Zermesser. Das ist ein bisschen anders. Wir müssen den ganzen Schritt hier nochmal grinden. Unten seht ihr. Wir brauchen drei Balken für den 619. Das war ein Fail von beiden. Aber wir sind der Brücker. Jetzt gibt es die Sunset Flip. Powerbomb. Für eine Eins. Für eine Zwei. Wir lassen uns mal raus. Das macht ja keinen Sinn, wenn wir so gewinnen. Wir wollen ja den guten Dolph und das Ray Outfit und die Arena freispielen. Autsch. Der tut weh. Fuck me. Shit. Das ist nicht gut, Leute. Okay. Gucken wir mal raus. Das war Dolphs beste Waffe. Das heißt, ich habe einen Elbow-Schlösser. Okay, krass. Haben wir nicht gekontert. Wir sind echt ein bisschen in der Defensive jetzt. Kiko hat nichts gekontert. Was ist das jetzt los? Was? Er hat wieder einen Finisher? Okay. Alter, und wir kriegen es nicht gekontert. Shit, das war's. Fuck me. Really? Wir verlieren so, ja? Come on. Zweiter Zigzag. Zweiter Kickout. Alter. Ich glaube, viel mehr haben wir nicht im Tank. Jetzt auch einen dritten Kassieren war's das. Wir bringen uns mal ein bisschen Sicherheit. Okay. Das ist der 6-1-1. Let's go. Come on, Leute. Alter, ist das so knapp. Das war bei mir in Wrestling-Spielen vorher nie so. Okay, weiter zusetzen. Wir versuchen den Finisher. Wir landen den Finisher. Ist benommen. Wir setzen ihn weiter zu. Happy Grapple. Let's go. Oh, wie der Sunset-Film. Ist ja erst mal ein Systemgewinner, als ich die selben Angriffe die ganze Zeit selber nochmal mache. So. Was? Laufangriff von vorn. Laufgriff. Ich kann nicht lesen, Leute. Einfach anderen Farbeet. Kettchen. So. Bulldog. Sag mir nur einfach, dass ich den Bulldog machen soll. Von hinten. Okay. Let's go. Fühlt Dolph nicht. Fühlt ich aber. Kill Switch? Ne. Bulldog. Ne? Oh, das hat ein Konter. Goddammit. Aber ich auf. Schwerer Griff von hinten, Dolph. Das hat sich nichts geändert. Alter. So, nochmal. Schwerer Griff von hinten. Was? Angriff? Hä? Wenn du neben einem von dir abgewendet gehen, erstellst, drücke A. Ach so, wir sollen keinen... Okay, Angriff. Got it. Okay. Gut. Wieder mal mein Fail. Natürlich weißt Dolph jetzt, was sie vorhaben. Aber... Okay, nice. Wir haben alles reigeschaltet, alles geschafft. Sehr schön. Lasst gerne ein Like da, falls ihr das Video gefallen hat. Ein Abo, falls ihr neu seid. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.